Hey, ich bin Kylie und ich bin 25 Jahre alt. Ich möchte dir mein Gesicht nicht zeigen oder vielmehr, was darauf gewachsen ist. Ich habe es satt, dass mich alle anstarren. Es ist, als wäre ich eine Art verfluchtes Monster. Du möchtest wahrscheinlich sehen, was ich unter dieser Maske verstecke, oder? Ich war schon immer schön, von meiner Kindheit an, bis zum Erscheinen dieses Etwas auf meinem Gesicht. Vorher waren alle Mädchen eifersüchtig auf mein Aussehen und wollten nicht mit mir auf Partys gehen. Warum, war mir klar. Jungs blieb der Mund offen stehen, wenn ich einen Raum betrat. Und sie brachen sich das Genick, um mich vorbeigehen zu sehen. Aber meine Schönheit ist ruiniert. Der Freund meiner Kollegin Jenny hat sich in mich verliebt. Sie war sehr unscheinbar, aber im Grunde ein nettes Mädchen. Eines Tages lud sie dummerweise ihren Freund, Ram, zu unserem Arbeitsplatz ein. Und Hals über Kopf verliebte er sich in mich auf den ersten Blick. Ich kann nicht rückgängig machen, was passiert ist, aber ich habe Jenny völlig vergessen. Das arme Ding. Aber wie sehr ich es jetzt bedauere, dass ich mich nicht zurückgenommen und alle Geschehnisse aufgehalten habe. Ich mochte Ram auch. Er war ein unglaublicher Typ und wir begannen uns heimlich zu treffen. Danach fing alles an. Er hatte Jenny für mich verlassen. Und ich habe darauf gewartet, dass es ein Drama gibt. Aber was als nächstes geschah, war einfach seltsam. Nachdem er mit Jenny Schluss gemacht hatte, kam sie an diesem Tag nicht zur Arbeit. Auch nicht am nächsten. In der zweiten Woche haben wir Alarm geschlagen. Und es stellte sich heraus, dass ihre Familie sie auch nicht gesehen hatte. Jenny war einfach verschwunden. Sie wurde für vermisst erklärt. Aber selbst die Polizei konnte sie nicht finden. Es ist beängstigend, sich vorzustellen, was ihr wohl passiert sein könnte. Warum regt man sich so über einen Kerl auf? Es gibt so viele von ihnen. Aber bald verstand ich es besser. Und begriff, dass es besser gewesen wäre, wenn ich Ram nie getroffen hätte. Ram und ich trafen uns weiterhin. Aber letztendlich traten Probleme auf. Eines Tages rannte ich zur Arbeit, rutschte auf der Treppe aus und stieß mir meine Stirn. Es tat weh, aber mir ging es gut. Es war keine Katastrophe. Zumindest dachte ich das. Zuerst erschien ein kleines Mal auf meiner Stirn und ich begann, etwas zu spüren. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Muttermal oder eine Talgziste. Ich ging zu Ärzten, um alles überprüfen zu lassen. Was ist, wenn es sich um einen bösartigen Tumor handelt? Als ich ins Krankenhaus ging, versicherten sie mir, dass es gutartig und nicht gefährlich sei. Aber dass es weiter wachsen würde. Größer und größer. Oh nein! Im Laufe der Zeit begann die Beule einem Horn zu ähneln. Kannst du dir das vorstellen? Ein Horn wuchs aus meiner Stirn. Die Ärzte weigerten sich zu operieren und bestanden stattdessen darauf, den Fortschritt zu überwachen. Ich versteckte mein Horn so gut ich konnte, aber schon bald bemerkten es die Leute auf der Arbeit und auf der Straße. Mein Weg durch die Hölle begann. Meine Kollegen flüsterten hinter meinem Rücken und nannten mich Einhornmädchen. Es war ein Desaster. Ich brach fast in Tränen aus, als ich es herausfand. Der Spitzname Einhornmädchen blieb an mir kleben und es dauerte nicht lange, bis ich ihn überall hörte. Ich war immer schön gewesen und jetzt war ich ein Gespött mit einem Horn auf der Stirn und es hörte nicht auf zu wachsen. Ich beschloss, dass verzweifelte Maßnahmen ergriffen werden mussten. Ich konnte mein Horn nicht länger verstecken. Es war riesig. Zuerst kündigte ich meinen Job, um die Blamage nicht länger zu ertragen. Dann habe ich mit Ram Schluss gemacht, ohne Erklärung oder so. Ich habe ihn nur geblockt. Ich schottete mich von der Welt ab und blieb zu Hause, weinte jeden Tag. An meinem tiefsten Punkt erinnerte ich mich an etwas. Ich erinnerte mich, dass Jenny es liebte, über Magie zu sprechen. Ich folgerte daraus, dass sie sich wahrscheinlich entschlossen hatte, sich an mir zu rächen und höchstwahrscheinlich ein Ritual durchgeführt hatte, um mein schönes Gesicht zu entstellen. Sie hat mir das angetan und hat sich jetzt versteckt. Beobachtete mich von Weitem, wie ich mich in ein Einhorn verwandle. Dieses Teufelsweib. Ich musste es richtigstellen und bekam bald die Gelegenheit. Nach ein paar Tagen fand ich in meinem Posteingang eine spezielle Werbebroschüre. Eine Hexe, die ihre Dienste anbot. Das war ein Zeichen. Ich habe sie sofort kontaktiert. Aber was nötig war, um mich zu heilen, das konnte ich mir unmöglich vorstellen. Die Hexe war sehr mysteriös und sie sprach nur wenig, versprach aber zu helfen. Ihr Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor, obwohl sie auf der anderen Seite der Stadt lebte. Ich verstand nicht, wo ich sie vorher gesehen haben könnte. Aber als ich in ihrem Büro war, vergaß ich alle meine Fragen. Die Hexe setzte mich auf einen Stuhl und begann ihre Hände um das Horn herum zu bewegen. Zu meinem Entsetzten begann sie, die Ereignisse mit Jenny und Ram wiederzugeben. Ich war unter Schock. All dies war wegen Jennys Neid passiert. Die Hexe sagte mir, sie könne helfen und ihr Trank würde mich schnell heilen. Sie gab mir ein paar Tropfen und sagte mir, wie ich sie nehmen sollte. Ich trank sie sofort nach ihrer Verschreibung. Mir wurde sofort furchtbar schwindelig und ich dachte, ich würde mich übergeben müssen. Aber die Hexe versicherte mir, dass alles in Ordnung sei und dies zu erwarten wäre. Um meiner früheren Schönheit willen war ich bereit, ein wenig zu leiden. Als ich nach Hause kam, nahm ich den Trank weiter nach ihren Anweisungen. Ich fühlte mich schrecklich, aber es schien mir, als würde das Horn kleiner werden. Ich habe nicht aufgehört und irgendwann hat es funktioniert. Aber als ich die Flasche leer hatte, begann ich mein Bewusstsein zu verlieren. In meinem Kopf drehte es sich, aber ich musste die Hexe sehen. Etwas stimmte nicht. Ich habe es irgendwie ins Büro der Hexe geschafft, bereit zu erklären, was passiert war. Aber als ich ankam, öffneten sich die Türen nicht für mich. Ich ging um das Haus herum und sah, dass die Hintertür offen war. Ich ging hinein und wäre vor Schreck fast umgefallen. Vor mir an der Wand war ein riesiges Foto mit der Hexe, die Jenny umarmte. Die Frauen sahen sich unglaublich ähnlich, außer dass die Hexe älter war. Daher kannte ich das Gesicht. Als ich verblüfft dastand, erschien die Hexe vor mir. In meinem Kopf drehte es sich heftig und meine Hände wurden taub. Sie hatte gesehen, dass ich mir das gerahmte Foto angesehen hatte und sagte, Ja, Dummkopf, ich bin Jennys Mutter. Ich bin keine Hexe. In diesem Moment wurde mir klar, was passiert war. Sie rächte sich für ihre Tochter. Sie hatte von meinem Horn gehört und beschlossen, dass ich verzweifelt genug sein würde, alles zu versuchen. Du musst verschwinden. Genau wie meine Jenny. Sie ist nur wegen dir verschwunden. Oh, und dieser Zaubertrank ist eigentlich ein langsam wirkendes Gift. Ich konnte es mir nicht weiter anhören und eilte zurück zu meinem Auto. Sie war verrückt. Ich sprang hinter das Lenkrad und floh mit voller Geschwindigkeit vom Haus. Ich musste dringend ins Krankenhaus. Ich musste all diesen Dreck aus meinem Körper entfernen. Aber ich kam nie an. Das Gift war in voller Wirkung und verursachte dadurch einen Unfall. Ich erinnere mich, wie mein Kopf gegen das Lenkrad schlug, als sich der Airbag aufblies und dann war alles schwarz. Ich erwachte von dem Piepen medizinischer Geräte in einem Krankenhaus. Ich war am Leben. Ich begann, meine Stirn anzufassen. Aber mein Horn war nicht da. Es stellte sich heraus, dass ich mein Horn während des Unfalls beschädigt hatte. Und als ich ins Krankenhaus gebracht wurde und die Ärzte entschieden, dass es nicht mehr notwendig war, mein Horn zu beobachten, sie es sicher entfernen konnten. Die Operation war ein Erfolg und ich war vom Unfall glimpflich davongekommen. Aber ich werde meine Erlebnisse nie vergessen. Jetzt kenne ich den Preis für die Schönheit. Ich kann zu meinem früheren Leben zurückkehren und sogar zu Ram. Er kommt ständig ins Krankenhaus. Aber ich bin besorgt wegen dieser ganzen Geschichte. Ich schäme mich für das, was ich Jenny angetan habe. Ich liebe Ram, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Was denkst du? Bitte sag es mir unten in den Kommentaren und denke daran, dem Kanal ein Gefällt mir zu geben und ihn zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.